Hallo und herzlich Willkommen bei BestenTeilTV. Mein Name ist Jörg Stefan Schröder und wir machen das Video hier aus einem bestimmten Grund. Wie ich auf Facebook schon angekündigt habe, werde ich meinen 2000. Kontakt zum Essen einladen. Genau deswegen sind wir hier. Ich bin nicht alleine. Ich habe auch einen Kameramann dabei. Den zeige ich euch jetzt mal. Das ist der Wolfgang. Moment, machen wir mal ein Foto. Genau. Ja, machen wir mal. Das ist Wolfgang. So, als ich angekündigt habe, dass ich den 2000. Kontakt einladen werde, dann haben ein paar Leute gesagt, oh, ist ja schade, dann bin ich zu früh mit dir schon befreundet oder ich entfreude mich wieder, damit ich der 2000 sein kann. Und dann habe ich gesagt, alles klar, ich lasse mir für die anderen Kontakte auch was einfallen. Also für Kontakt 1 bis 1999 beziehungsweise eben 2001 folgende. Und deswegen machen wir eins. Wir werden dieses Facebook-Dinner, wie wir es nennen, einfach wiederholen. Wir haben jetzt den 2000. Kontakt demnächst. Im Moment sind es 1996. Wir haben 17, 18 Anfragen und das sollte eigentlich reichen, um die 2000 voll zu kriegen. Genau. Und wie dann auch die anderen daraus profitieren, eben nicht nur der 2000. Das erkläre ich euch, wenn wir sehen, wer überhaupt der 2000 ist. Gut. Gucken wir uns das mal an. So. Genau. Wir haben 1996. Hast du es? Perfekt. Sehr gut. Und wir haben hier oben 17 Anfragen. Wir machen die jetzt mal komplett auf. Das dauert einen Moment. Genau. Jetzt können wir noch ein bisschen spielen. Wir haben ja noch 4 Luft. Da ich selber ja auch schreibe, bestätige ich auf jeden Fall mal hier den Ben Bertram Autor in Hamburg. Mit dem gehen wir jetzt als 2000 nicht essen. So. Und dann gucken wir uns mal an. Und 1997. Dann kommt der nächste. Gucken wir uns nochmal alle Anfragen an. Gut. Da sind wir. Wen nehmen wir als nächstes? Ich finde das ja immer so spannend, diese ganzen Profile oder diese ganzen Anfragen. Der hier wird mit Sicherheit nicht der 2000. Weil ich esse selten Hundekuchen. aber werden wir bestätigen. Gucken wir uns mal die Fotos an. Ich gucke mir gerne die Fotos an. Und mit dem Weihnachtsmann essen gehen wir vielleicht auch nicht schlecht. Hier haben wir einen Osterhund. Keinen Osterhasen, sondern einen Osterhund. Auch gut. Gut. Die Hegi Ester werden wir bestätigen. Aber noch nicht jetzt. Genau. Gehen wir mal zurück auf die gesamten Anfragen. und gucken weiter. Wen haben wir hier noch? Pinky Saragossa. Okay. Oh. Da haben wir einen Engel. Da haben wir nur einen gemeinsamen Freund. Engel ist immer gut. Werden wir bestätigen. Bestätigen. Gut. Dann gehen wir aufs Profil. Und wir haben die 1998. So. Jetzt wird's spannend. Jetzt machen wir mal Folgendes. Na. Nur damit ihr später wisst, genau wann wir das gedreht haben. Gut. Gehen wir auf die Anfragen wieder. 15 haben wir noch. Und 2 bis die 2000 voll sind. Moment. Wann haben wir denn da? Ach, das ist ja hier. Da haben wir sogar was Kurilisches. Mal erinnern. Tovsto Vlejtova. Oder so ähnlich. Tovsto Vlejtova. Moment. Tovsto Vlejtova. Vlejtova. Wolfgang. Werden wir nicht bestätigen im Moment. Schauen wir uns mal an. Wieder unsere Übersicht hier. 369 gemeinsame Freunde. Arbeitet bei 24 Lines Unternehmergruppe Essen Nordrhein-Westfalen. Das gibt unser 2.000... Ah Quatsch. Unter 1.999. Der Kontakt. Bestätigen. 1.999. Da haben wir. Jetzt gucken wir mal ganz kurz unten. Da haben wir noch nicht drin, aber wird jetzt wahrscheinlich gleich aktualisiert. Stefan, so ganz nebenbei gefragt, wo steht denn die Anzahl der Kontakte? Hier. Bei Freunde. Danke. Okay. Jetzt hoffen wir, dass jetzt natürlich wir auch rauskriegen, wen wir nehmen. So. Es ist ja so, jetzt haben wir noch 15 Anfragen und jetzt können wir uns eigentlich raussuchen, wo wir essen gehen. Was meinst du Wolfgang? Wer soll das denn entscheiden? Du oder ich? Jetzt gucken wir mal. Wir machen das so halb zusammen. Weißenhorn ist in Deutschland, das mögen wir nicht hier erstmal, wenn wir ein bisschen weiter weg können. Also nichts gegen Deutschland. Nein, nichts gegen Deutschland, aber wenn wir doch weiter weg können, dann Erko, B.S. Weiler, da steht nichts dabei, da steht nichts dabei. Uganda, Bock auf Uganda im Moment? Also momentan vielleicht nicht, das können wir verschieben auf die nächste Dekade. Okay. Weltweit. Hier. Weltweit. 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 Weltweit essen gehen. Weltweit essen gehen. Das ist auch mit links. Shanghai? China finde ich angesagt. China findest du angesagt? Wäre mein Vorschlag. Alles klar. Dann nehmen wir hier die Yanfei zu und bestätigen unsere Freundschaftsanfrage. Shanghai International Studies University. Sehr schön. Und der 2000. Kontakt ist, lassen wir es nochmal aktualisieren. Macht er jetzt nicht, dann gehen wir nochmal auf das Profil. Das ist unser 2000. Kontakt. Na, das sieht doch schon mal gut aus, da kann ich nur gratulieren. Ganz genau. Herzlichen Glückwunsch nach Shanghai. Das heißt wir müssen nach Shanghai fahren und dort essen gehen. Fliegen ist vielleicht besser. Fliegen ist definitiv besser, das heißt wir müssen mal ein bisschen sparen. Aber jetzt gucken wir mal, wir sehen uns gleich nochmal. Gucken wir mal, ob wir sie vielleicht online kriegen. Das ist eine gute Idee. Ganz genau. Gut. Dann sehen wir uns gleich wieder. So, da sind wir wieder. Das ist Yanfei, mein 2000. Kontakt. Sie hat das Essen mit mir gewonnen und wird dabei gefilmt von Wolfgang. Gucken wir uns mal an, wo Shanghai liegt. Hier ist Shanghai. Ist ein bisschen größer als Heidelberg. Ist mehr Action mit dabei. Wir schauen uns das Ganze auch in der Übersicht nochmal an. Nochmal ein bisschen weniger. Gut. Das hier haben wir China. Hier haben wir Indien. Japan. Da unten ist Australien. Und Deutschland. liegt am ganz anderen Ende. Nochmal ein bisschen kleiner. Hier ist Deutschland. Hier ist Shanghai. Ist ein Unterschied von sechs Stunden. Das heißt, bei denen ist es 12 Uhr nachts. Beziehungsweise sogar nach 12 Uhr nachts. Trotzdem, Yanfei ist online in Facebook. Wir haben schon ein bisschen miteinander geredet. Und jetzt erzähle ich ihr, dass sie ein Essen mit mir gewonnen hat. Schauen wir mal, wie sie reagiert. Weil ich würde schon erst gar nicht mit ihr essen gehen. Und das... Gucken wir mal. So. Ja, es bleibt auch gerade was. Ach, eine Sache noch. Sie spricht Deutsch. Sie studiert Germanistik. Und jetzt sage ich ihr mal, Yanfei. Hast ein Essen mit mir gewonnen. Glückwunsch. So. Machen wir das. Glückwunsch. Hast du Lust drauf? Du bist eingeladen. Okay. Jetzt werden wir mal sehen, ob der 2000. Kontakt auch tatsächlich mit uns essen gehen will. Weil es kann ja immer mal... Es gibt ja tatsächlich Leute, habe ich mir sagen lassen, die nicht mit mir essen gehen wollen. Verstehe ich zwar nicht, aber... Super! Super! Stellt sich nur noch die Frage, wo gehen wir essen? Stellt sich nur noch die Frage, wo gehen wir essen? Shanghai? Oder Heidelberg? Obwohl ich schon lieber in Shanghai essen gehen würde. Gucken wir mal. Also. Wir wissen eins. Wir gehen mit Yanfei essen. Und äh... Geifi. Geifi. 2000. Kontakt. Es war eigentlich eine doofe Idee, die ich irgendwann mal online gestellt habe. Mit 1899 Leuten habe ich gesagt, komm, den 2000. Kontakt lade ich zum Essen ein. Da habe ich nie gedacht, dass ich hier jemanden aus Shanghai habe. Auch noch jemand, der Deutsch spricht, mit dem wir dann essen gehen. Und zu dem Zeitpunkt wusste ich auch noch nicht, dass wir den Wolfgang finden, der das alles filmt. Und wir das online stellen. Auf YouTube. Und der Blog. Und hin und her. Oh mein Gott, ich bin jetzt aufgeregt. Toll! Shanghai oder Heidelberg? Wo? Shanghai oder Heidelberg? Wo? Shanghai oder Heidelberg? Was wir machen werden, ist, wir werden die Vorbereitungen drehen und werden dazu ein Video machen und das online stellen, damit ihr einfach seht, was wir damit alles machen. Ich hatte sie gefragt, wo Shanghai oder Heidelberg essen gehen. Und sie antwortet, aha, das kommt drauf an, was wir essen. Das heißt, es ist wieder alles offen. Das wird mega spannend. Und jetzt brauche ich eure Hilfe. Zwei Dinge. Das erste ist, bitte schickt mir Fragen, die wir an Yanfei stellen sollen. Sie ist aus China, sie ist aus Shanghai, sie studiert Germanistik, wissen wir. Sie spricht Deutsch, also schickt mir Fragen. Wolfgang. Zweite Sache ist, ich habe euch gesagt, wir werden die Sache fortsetzen. Also, jeder, der nicht der 2000 zu Kontakt ist, hat auch die Möglichkeit, mit mir essen zu gehen und sich dabei von Wolfgang drehen zu lassen. Wie werden wir den nächsten Gewinner ermitteln? Ganz einfach, ihr bewerbt euch und wir werden alle Bewerbungen in eine Lostrommel tun und Yanfei wird dann aus dieser Lostrommel den nächsten ziehen, mit dem wir essen gehen. Und so werden wir das fortsetzen, die nächste Zeit. Und ich freue mich riesig. Also, ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Ich hoffe, ihr seid ein bisschen so aufgeregt wie ich. Wir melden uns demnächst wieder mit einem neuen Video und darauf ein Schluck Kaffee. Vielen Dank. Schönen Abend. Bis dann. Ciao. S'szinschn raised boy. Doh. O, 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 O. Untertitelung des ZDF, 2020